Hallo Leute! Ich hoffe, ihr hattet einen guten Start ins neue Jahr. Ich hatte auf jeden Fall einen. Heute gibt es eine Verlosung und zwar eine riesig große Verlosung. Also die größte Verlosung, die ich hier auf YouTube bisher gemacht habe. Eigentlich war es ursprünglich meine 25.000 Abonnentenverlosung. Jetzt sind es meine knapp 30.000 Abonnentenverlosung. Aber ich sehe es auch so ein bisschen als Dankeschön fürs letzte Jahr und als eine Neujahrsverlosung. Und ich würde sagen, wir starten am besten direkt mal mit den Produkten, die ich für euch gesammelt habe. Das erste Produkt habe ich nämlich gleich zweimal und es werden auch zwei unterschiedliche Leute gewinnen. Und zwar ist das das so gehypte Revitalash. Das ist nämlich ein Wimpernserum, das man sich wie ein Eyeliner aufträgt. Und davon wachsen die Wimpern und es haben so viele Freunde von mir ausprobiert und getestet und benutzen es und lieben es über alles. Weil die Wimpern wirklich voll schön lang geworden sind. Ich benutze es einfach aus dem Grund nicht, weil ich ja mit meinem Auge schon sehr viele Operationen hinter mir hatte und ich da dann doch etwas vorsichtig bin. Aber es funktioniert auf jeden Fall und ich bin super happy, dass ich euch hier zwei davon verlosen darf. Dann habe ich hier ein kleines Päckchen voll und zwar sind das Sachen mit Lubos Heilerde. Und zwar ist das einmal so eine Heilerde-Maske. Die ist vor allem gegen Akne, aber auch für Haut, Muskel, Gelenkbeschwerden und Entzündungen. Also sehr, sehr vielseitig benutzbar. Und dann habe ich noch so ein paar Sachen fürs Gesicht, wie zum Beispiel ein regenerierendes Gesichtsserum, eine Waschcreme, eine Feuchtigkeitsmaske, Körperbalsam und eine Handcreme. Das ist alles in einem Paket drin und das wird auch alles eine Person bekommen. Dann habe ich auch noch eine sehr tolle Sache und zwar ist das vielleicht eher für die ältere Generation. Ich weiß, dass auch ein paar ältere Leute meine Videos gucken und da ist das hier bestimmt sehr interessant. Das ist der Beauty-Roller von Wahlberg und ich habe den auch zu Hause. Ich benutze den auch mal zwischendurch. Und zwar ist der gegen Fältchen und das ist einfach, ja man sieht es hier drauf eigentlich ganz gut, so eine Art Massageroller mit ganz kleinen Nädelchen drin. Wissenschaftler haben ja herausgefunden, dass kleine Nadelstiche, die man zum Beispiel auch beim Tätowieren hat, Fältchen reduzieren und die Haut nicht so schnell altern lassen. Und dafür ist dieses schicke Teil da. Da rollt man nämlich einfach über seine Falken und bei regelmäßiger Anwendung sollen die Falken davon weniger werden. Und außerdem ziehen dann auch Gesichtscremes besser ein, weil die Haut natürlich ganz leicht geöffnet ist. Diesen Beauty-Roller kann auch eine Person gewinnen. Dann habe ich am Schluss noch zwei Überraschungstaschen und zwar sind da Sachen ganz unterschiedlicher Art drin. Eigentlich das meiste ist Glorisch-Minkzeug und ich zeige euch so ein paar Einzelheiten, damit ihr wisst, auf was ihr euch da einlassen könnt. Und zwar ist da zum Beispiel Duschgel drin, Nagellack, die ist da zum Beispiel von Sally Hansen. Und ja, sind ganz viele Nagellacke, Lidschatten, alles mögliche, alles Beauty-Kram. Und diese Tasche habe ich hier auch nochmal. Da sind natürlich andere Sachen drin, aber auch ähnliche Sachen, zum Beispiel eine Haarspülung, ein Make-up von Astor. Also auch, ja, ganz nette Sachen und die ist natürlich auch, ja, ganz gut voll. Und da gilt auch jede Tüte wieder an jeweils eine Person. Und dann habe ich noch das letzte Produkt und zwar ist das zweimal ein Rosenwasser von Rosens. Ihr wisst, glaube ich, dass das ultra gehypt ist und ich bin auch super, super zufrieden damit. Ich benutze das sehr, sehr gerne. Das werde ich zusammen an eine Person verlosen, weil ich finde, das ist sonst ein bisschen wenig. Und ich glaube, das kriegt man auch gut leer. Das war es dann mit den Produkten, die ihr gewinnen könnt. Und wie ihr teilnehmen könnt, ist ganz einfach. Ihr könnt auf YouTube, Facebook oder Instagram teilnehmen. Wie ich dort überall heiße und wie meine Channels dort sind, verlinke ich euch alles in der Infobox. Und zwar müsst ihr auf YouTube ein Abonnent sein und mir hier einen Kommentar dalassen. Auf Instagram müsst ihr mir folgen und auch einen Kommentar dalassen. Und auch auf Facebook müsst ihr meine Seite liken und mir auch irgendwo einen Kommentar dalassen. Und natürlich ist es so, dass Leute, die mir auffallen, die zum Beispiel sehr aktiv sind, dass mir die eher im Gedächtnis bleiben und dass die dann eine höhere Wahrscheinlichkeit haben zu gewinnen. Und ja, also seid schön aktiv. Ihr könnt auch gerne auf allen drei Kanälen mitmachen. Und schreibt mir auf jeden Fall, welches der Produkte ihr am liebsten haben möchtet. Einmal entweder die Rosent Sachen, also das Rosenwasser, die grüne Tasche oder die gelbe Tasche von DM. Oder eines der beiden Revitalash Wimpernserien oder das Paket mit den Luvos Heilerde Sachen. Und schreibt mir das auf jeden Fall überall in die Kommentare, wo ihr mitmachen wollt. Ihr könnt quasi dreimal mitnehmen auf jeden meiner sozialen Netzwerke einmal. Und dann wünsche ich euch ganz, ganz viel Glück. Die Verlosung endet Ende Januar. Also am 31. Januar endet die Verlosung. Und den Gewinner werde ich dann natürlich bekannt geben. Und dann wünsche ich euch ganz viel Glück. Ich drücke euch die Daumen und hoffe, dass ihr alle mitmacht. Und dass ihr auch die ganzen Produkte richtig toll findet. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Vielen Dank.